sehr gut man muss sich ja nur umschauen hier beste bedingungen schönes wetter guter platz gute anlage wir haben alles da was wir brauchen sauna entmüdungsbecken wärmebecken hotel ist gut essen ist sehr gut jungs sind gut mit alles so wie wir es wünscht außer natürlich die die kleineren blessuren und jetzt haben wir noch eine größere mit götzlück hoffen dass das nicht ganz so schlimm ist ja alles ein bisschen zäh schwierig jeder will seine position stärken ist ja normal ja wir sind wir sind im austausch also das manchmal kann es schnell gehen manchmal kann sich das noch länger hinziehen wenn man die nächsten tage die entwicklung abwarten müssen wir sind relativ im soll es immer dynamische entwicklung muss man abwarten was passiert noch verletzungstechnisch wir haben es gesehen wie schnell das gehen kann da eine andere wechselwillige spieler noch kommt oder auch nicht und da müssen wir darauf reagieren wir sind vorbereitet aber im moment klar willst du alle an bord haben klein ist nicht dabei ist immer noch nicht fit chifchi ist krank unsere unsere zwei kreuzbandrisse die die länger ausfallen also wir haben schon paar paar verluste zu verzeichnen sind jetzt nicht so üppig besetzt im trainingslager dass wir auch elf gegen elf spielen können also klar wir halten augen und ohren immer offen klar ja nochmal wir sind in einem wirtschaftlichen rahmen wo wir uns bewegen dass wir sind alle alle beteiligten klar wenn jemand gehen will oder kann oder muss dann gibt sich wieder neue lücke die dann geschlossen wird aber das das ist alles alles im normalen bereich also jammern gilt nicht alle anderen müssen auch in ihrem rahmen arbeiten das tun wir auch und wir kennen das ja alle fußball ist tagesgeschäft das nächste spiel ist das wichtigste fraßenschwein ist wieder ganz weit vorne aber das ist so im fußball wir müssen demut an tag legen die vergangenen saison haben analysiert das wollen wir nicht noch mal leben und jetzt gilt es halt der ja eine gute vorbereitung zu spielen verletzungsfrei zu bleiben jetzt müssen wir auch hoffen dass wir wieder vor zuschauer spielen dürfen dass wir wieder ja den betzenberg als festung das ist wichtig steht den betzenberg wieder als festung auszubauen so wie es in der vergangenheit war das wollen wir wieder wieder erreichen gute leistungen bringen unseren job zu machen und dann kommen die ergebnisse von allein aber geschenkt bekommt man nichts du weißt direkt wo du dran bist also ist ja logisch wenn ein zweitliga absteiger kommt das ist ein brett aber auch eine herausforderung für uns und man will sich ja immer mit dem besten messen ist auch unser anspruch und dann nach so einem spiel weiß man auch direkt wo man steht und dann hast du gleich zwei zwei auswärtsspiele in folge die unbekannte ja dies jetzt gilt dann auch so anzugehen nicht wie in der vergangenen saison da haben wir keine gute erfahrung gemacht aber das spielt ja keine keine rolle die statistiken kann man ja auch wieder legen und dann hast du einen aufsteiger und die sind am anfang immer hoch motiviert also wir müssen klar wie immer höllisch aufpassen aber wir haben ja auch unsere ansprüche müssen unsere leistung auf den platz bringen ja man muss es eh nehmen wie es kommt klar wäre schöner gewesen wenn wir den betzenberg hätten vor ausverkauften zuschauern spielen dürfen können wir werden jetzt sehen wie die entwicklung ist wir hoffen natürlich so viele zuschauer wie möglich rein zu bekommen für so ein event das ist ein brett ist ja klar klappbacher letztes jahr champions league spiel damit da weiß man eigentlich was da für ein gigant kommt aber das macht es ja umso schöner wenn man sich mit den ganz großen messen kann gerade als spieler gibt es ja nichts schöneres mit mit bundesligistisch zu messen ja also normal alles also so wie es sein muss die jungs gehen gut miteinander um klar ist ab und zu der ein oder andere mal ein bisschen nicht so erfreut über eine härtere trainingsarbeit auch normal im trainingslager aber die gehen alle so miteinander um so wie es das sein muss und der soll ja auch was zusammenwachsen und nur gemeinsam erreichen wir ja auch unsere ziele das weiß ja auch jeder zu gut wären wir dann auch nicht so recht weil es muss ja auch mal krachen muss ja auch mal reibung geben innerhalb der truppe aber bis jetzt alles so wie wir es uns vorgestellt haben ja 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 ja